Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Als erstes zeigen wir, wie man eine Sauenschwänzli gerade macht. Für das braucht man einen Schweinli und einen Zeigfinger. Dann tut man den Zeigfinger hin, auf die Wirbelsäule so. Dann fährt man langsam Richtung Füdli und voilà. Schwänzli ist gerade. Der Herr ist fast gestorben in der Wüstenanlage. Oh, und auch die Chinesen meinen, sie müssen sterben. Weil Chinesen von Natur aus mega fest Höhenangst haben, weil sie so klein sind, wie ich. Und sie bis jetzt noch keine Glasböden kennt haben. Und darum hat die chinesische Regierung Special Effects in die Glasböden eingebaut, damit sie noch mehr Angst haben. Ah, 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 ah. Kühe haben auch gerne Musik. Das wärs wieder gewesen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.